Dankeschön. Total enttäuscht, ne? So ist das Leben. Aber es ist doch ein deutliches Ergebnis gewesen. Wenn du Sexstimmen kriegst, dann musst du dir Gedanken machen. Ja, euer Verhalten ist einfach schlecht. Euer Verhalten? Ja, dein ganz besonders. Wo ist da mein Verhalten schlecht? Weil es schlecht ist. Ihr habt einfach gemerkt, dass... Merkst du das eigentlich nicht? Nee, mach ich nicht. Eier ist eh wurscht. Du hast es nicht gelernt? Du hast es einfach nicht gelernt. Ich muss auch von dir nichts lernen. Du hast nicht verstanden, was ich dir gesagt habe. Ich muss von dir nichts lernen. Den brauchst du nicht. Muss ich nicht. Du bist nicht der Größte und der Beste. Es gibt immer besser. Merkt ihr das? Das ist Show, Mario. Das ist Show. Ich bin 53, könnte dein Vater sein. Heute Morgen lauft ihr vorbei, sagt mir immer guten Morgen. Ihr seid schlechte Verlierer. Ganz einfach. Wenn du Sportler bist, Marcel, weißt du, wenn man verliert. Ich kann es nicht. Verstehe ich nicht. Wenn ich abgelehnt werde, dann möchte ich nicht den Leuten dann noch so in den Arsch kriegen und sagen, ja guten Morgen. Alles ist in Ordnung. Ich muss das Zehnte mal sagen. Du hast es nicht verstanden. Du hast es wirklich nicht verstanden. Richtig unangenehm. Marcel ist ein erwachsener Mensch und kein Mensch hat dir zu sagen, wie du dich zu verhalten hast. Aber das ist auch im echten Leben so. Ja. Ältere Herren versuchen das immer. Tja, Gottlob ist das echte Influencer-Leben nur noch wenige Rollkoffer-Umdrehungen entfernt. Egal, ich möchte da... Weil es kommt irgendwie nichts Positives raus. Na, deswegen. Es reicht. Fuck. Ich finde das ganz, ganz krass. Wir können nicht verlieren. Er hat doch gar keinen Respekt vor dir. Wie nett soll man denn nun sein? Er hat keinen Respekt vor dir, Schatz. Wie nett soll man denn nun sein? Voll dem. Also wegen dem kriegt der Sender. Wegen den zwei kriegt er keine Senderzeit. Bleiben die Leute nicht am Bildschirm wegen den zwei. Der ist jetzt sicher. Mit dem Verhalten. Keine Chance. Keine Chance. Glaube ich nicht. Das war eine einzige Plamage. Für die geht gar nicht. Drum rasch alle Spuren beseitigen, bevor das Sommerhaus noch Schaden nimmt. Die sollen jetzt deren Ding machen uns. Ja. Und sollen sich dann in zwei Tagen erneut zerfleischen, weil die wieder irgendjemanden wählen müssen. Und dann, ja. Ich bin gespannt. Wirklich. So, einmal kuscheln in Ruhe. Wir haben uns. Ich hab mich sehr gefreut, dich und euch kennenzulernen. Ich auch. Wenn ihr rausgeht, vergessen. Oh yes. Tür zu, alles weg. Mhm. Bist ein guter Typ. Steffen und Katharina wären halt so eigentlich unser Favoriten. Eigentlich kann ich es beschreiben. Erik und Katha gönne ich gar nicht. Weil die verstehen sich überhaupt nicht. Marcel, geh weiter deinem Weg. Ja, hau rein. Müll. Absolut Müll, die beiden. Komplett trash, die beiden. Tschüssi, Katha. Katha und Isi sind jetzt wahrscheinlich auch nicht die stärksten hier drin. Ihr seid so ein süßes Pärchen. Bitte lasst das nicht alles an euch machen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.